Gut, also, diese Rolle hat so ziemlich alles. Daher, wenn ich jetzt sage, meine alleremotionalste Szene, ist es fast ein bisschen schwierig auszufiltern, weil es gibt diversen. Aber sehr emotional ist mir natürlich alles ans Herz gegangen, wenn es wirklich um dieses Herz geht. Diese Vorstellung, dass das Herz deines Kindes in dem anderen steckt und ich auch als Fiona Kors mit zwei erwachsenen Kindern, also genau in dem Alter, 19, 20, diese Vorstellung hat mich sehr berührt. Muss ich ganz ehrlich zugeben, es gab immer wieder Momente, wo wir auch mal so die Hände auf dem Herz lag, wo wir dann so Atemübungen geübt haben, ich und der Max Hegewald. Und das war schon, also wir haben beide so ein bisschen wirklich weinen müssen, weil das einfach zu Herzen geht, diese Vorstellung. Und da war viel momenthaft was dabei, wo natürlich ich noch meinen Text sprechen konnte, aber ich schon auch wirklich ein bisschen gerührt war, ein bisschen sehr gerührt war.